Hallo, mein Name ist Mandy Göhler. Ich bin 47 Jahre alt und bin seit 01.01.2023 die neue Koordinatorin für das Gemeinde- und Begegnungszentrum in Münchenberg. Und mein Schwerpunkt wird es dort sein, gemeinwesenorientierte und sozialraumbezogene Angebote zu machen im Gemeinde- und Begegnungszentrum. Und das Motto dort vor Ort ist offene Räume, offene Herzen. Und das ist meine Aufgabe. Türen auf und Aktivitäten gestalten für alle, die als Akteure und Interessierte und Besucher ins Gemeindezentrum kommen.